Der Gameboy, der sagt dir doch was, oder? Ja, der sagt mir was. Ich hab sowas leider nicht daheim. Ich brauch's auch nicht eigentlich. Ja, den gibt's bei uns im Shop im Zweifel. Wann kam der Gameboy raus? 1999 oder 1989? Der kam 1989 raus. Das ist schon mal richtig. Sonic, ist der auch sicherlich ein Begriff? Ja, das ist eine Punkband, glaube ich, aus den 80ern. Ja, ist aber auch ein Videospielcharakter. Zu welchem Hersteller gehört der denn? Sagen wir mal, Xbox. Nee, das ist Sega. Tut mir leid. Super Mario, ein Begriff? Ja, doch, den kenn ich noch, ja. Super, kannst du mir mal zehn Mario-Party-Titel nennen aus dem Stehgreif? Born to be Wild, Dancing with the Strangers. Ich glaub, war da schon einer dabei? Nee, das tut mir leid. Kannst du mir denn drei Spiele nennen, die typisch für Nintendo sind? Typisch für Nintendo? Ja, Nintendo, ähm, Wolfpack. Nintendo was? Ja, Wolfpack, Jagd auf den Wolf. Nee, das sagt mir leider nix. Vielleicht so ein ganz bekannter Klempner? Ach so, aber heißt doch nicht Mario, oder? Super Mario, genau. Genau, also ich würde sagen, du hast dir ein Trostspiel auf jeden Fall verdient. Du darfst dir eins aussuchen. Ja, das interessiert mich schon mal, ja, das ist ein Dette hier, ja. Mario Paint. Das hast du die Kinder irgendwie verwenden können. Mal sehen, ja. Gut, nehm ich dann mal. Im Notfall du. Ja, alles klar, ich bedanke mich, ja. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Tschüss.